Wir müssen beide ausschalten. Nimm dir nur eine. Ja, nimm dir nur eine. Komm, ist okay. Nimm dir nur eine Kamera. Super. Jo Leute, herzlich willkommen bei TipTapTube zu diesem neuen Video. Hi. Heute gibt es eine Challenge und zwar scharf, sauer oder salziges Essen. Mal schauen, was heute auf uns zukommt. Wollen wir was mit dabei jetzt machen? Das wird mega lustig. Eigentlich hat auch irgendjemand schon geschrieben, dass Adrian da mit dabei sein soll. Wollen wir es jetzt nicht direkt so machen, dass ich scharf bekomme. Er ist salzig und du sauer. So, ich bin jetzt noch kurz mit dabei, aber ich kann gar nicht lange dabei sein, weil ich dieses ganze Süße nicht esse und das Licht davon da vorne ist. Das ist für süß. Ich kenne euch das, okay? Gibt es was Süßes? Ja, dann machen wir das so, was wir jetzt gerade gelingen. Nee, Süßes gibt es nicht. Ja, sauer, sauer, sauer. Sauer, scharf oder Salz. Aber was ich verraten? Also wir haben was Süßes mit dabei. Ah, Süßigkeiten gibt es auch heute. Echt? Ja. Ist ja geil. Ja, wir lassen die Astrohone direkt so hier. Mal ganz kurz. Das können wir mit dem Licht, das kannst du vergessen. Ihr guckt doch alle immer da rein. Nee, in die Kamera nur. Ja, weil das legst du genau rüber und dann guckst du wieder runter. Nein, das ist nicht schlimm. Alles gut. Hier in meine Augen. Gib uns mal die. Nein, ich tue jetzt mal die Sachen jetzt, ja. Wenn ich in die Kamera gucke und da runter, dann habe ich Karokäste in meine Augen. Oh, ist doch nicht schlimm. Die ging gleich weg. So, Mathe. Aber jetzt gucken wir mal ohne, wie das ohne aussieht. Nein, alles gut, das passt schon. Ich bin dann auch so blind, dass ich klar noch so, dass das Geburt sei. Ja, wir machen jetzt mal die Kamera jetzt aus. Ja? Ja. Von vorne? Ja. Mach jetzt. Hallo. Hey Leute, jetzt willkommen zum neuen Video. Hi. Herzlich willkommen. Heute kommt die Challenge. Scharf, sauer oder salziges Essen. Mal schauen, was heute alles auf uns zukommt. Ich würde sagen, erste Runde. Lassen wir erstmal die Zelle direkt so liegen. Ich bekomme mal scharfes, esch sauer und mal salzig. Wenn ich das gewusst hätte. Was dann? Hätte ich mir sauer genommen. Echt jetzt? Salzig. Okay, ich würde sagen, Papa und bringen uns heute die Sachen. Ich würde sagen, können wir losgehen, oder? So, irgendjemand hat immer geschrieben, ich soll in den Videos mitmachen. Aber irgendeiner muss da das Zeug bringen. Und die wollen mich auch gar nicht hier. Ciao. Und Chrissi ist hinter der Kamera. Sie passt auf Leo zwischendurch auf und dann will sie die Kamera an- und ausschalten. Hallo. Unsere Kamerafrau. Und die erste Runde kann losgehen. Ja. So, nehmt ihr euch denn hier das, was ihr auf dem Zettel stehen habt. Oh, ist doch heute das schön. Oh, du hast scharf. Also, Max hat hier ein Apeño. Esch, sag mal bitte in die Kamera, was das ist. Mamba. Und ich habe die tollen russischen Salzgurken. Die gibt es übrigens bei Rebe nur. Und Edeka. Ich hasse scharf. Und bei Aldi. Bei Aldi gibt es die leider nicht. Ihr müsst jetzt aber auch alle Gläser aufessen, ne? Ja, ja. Wir essen alles auf. Ja, ich. Das dauert was von der Yalapeño. Können wir gerne nicht auf den Tag entkommen, ob ihr scharfes Essen mögt. Ich glaube Max muss am meisten leider diese Runde jetzt. Weil die sind echt scharf. Ja. Ja. Und wir haben keine Milch gerade hier. Ja. Keinen Toast. Boah, ist gut. Okay. Also ist auf jeden Fall scharf. Ja. 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 So ihr Lieben. Da ist ja irgendwie noch ganz viel übrig geblieben. Mhm. Wir bekommen bestimmt gleich noch mehr, oder? Ich hasse scharf. Und was ist hier? Hier ist nichts übrig geblieben. Ohohoho. Der müsste aber auch noch gleich die anderen Packungen auf dem Boden mitnehmen. Der erste hat da hingeborfen, damit wir die nachher mitnehmen können. Er hat die gesichert. Damit er die nachher mitnehmen kann. Aber warum darf ich mir die nicht sichern? Gib mal ein paar davon. Nee. Du hattest bei der Alpäcknüsse hier entfernt. Ich glaube Kamera kann nicht so aus, oder was? Ja. Nächste Runde. So nächste Runde. Ich habe jetzt. Das nehmt euch einfach. Ja, okay. Nimm das hier. Bitte nichts scharfes. Also ganz ehrlich, auf Dauer scharf echt nicht. Das ist richtig geil, finde ich. So genau. Ja, wahrscheinlich. Ich habe sauer. Und du, jetzt haben wir nur getauscht sozusagen. Ich habe wieder scharf. Das ist wieder scharf. Hoffentlich. Hoffentlich wird es nicht zu scharfes. Oh mein Gott. Es gibt bestimmt noch Sachen, die hier nicht so krass scharf sind, oder? Okay. Aber es gibt auch andere Sachen, die sind nicht so. Ja. Hier kommt eure Bestellung. Oh nein. Oh nein. Bitteschön. Er schützt es mir leid. Und Max, du auch. Ha! Das ist Fisch. Das ist Fisch. Oh nein, ey. Ach so, ich dachte ich habe dieses Zitronen-Ding. Du hast salzig. Nein, du hast salzig. Der Fisch ist salzig. Und ich habe hier extra sogar so eine Zitronenpresse bekommen. Ich habe den Chili. Mega. Schnucki, da hast du auf alles gedacht. Ja, ihr müsst auch die komplette, aber du die komplette Zitrone. Mhhh, erst du den kompletten Fisch. Was ist das denn? Ist das denn hier eine Paprika? Nein. Ich glaube die Kerne sind scharf. Was? Echt? Ist das nicht jemand so gewesen? Nein, die ganze Paprika ist scharf. Das ist auf jeden Fall Paproni. Das war jetzt... Es gibt doch noch... Vielleicht kommen die Schärfe aus ja ein paar Minuten. Es gibt doch Paproni und Chili. Das ist schief. Das ist eine Paprika. Nein. Nein, das ist ultrascharf, Alter. Ich verbrenne mir schon fast die Zunge hier dran. Oh Mann. Mann ist das scharf. Oh mein Gott. Das ist voll so fehlig jetzt. Oh, ich verbrenne mir meine Zunge. Wie unfair. Oh Mann, ganz müde nochmal. Letztensalungsangruss jetzt. Das ist nur eine Paprika. Das wusste ich nicht, aber das stand... Mhhh, alles gut mal weiter. Komm, dann doch noch was. Zum Nachwürzen, falls es nicht scharf genug ist. Pfeffer. Pfeffer. Pfeffer da oben, beißt man hier rein in die... Christi hatte recht. Nein, hat sie nicht. Du hast gesagt, sie ist scharf. Erst wenn er Ash abgebissen hat, hat sie recht. Scheiße! Scharf? Warum war am Anfang nicht scharf? Das ist komplett scharf. Ne, Anfang nicht. So Ash! Dein Fisch wartet auf dich! Dein Hering! Also, ich darf jetzt schön den Zitronensatt trinken. Err du Heilig! Ich brauche jetzt Leber. Der wird rot. Warum sind die Kerne hier oben scharf? Warum müssen sie es hier oben schaffen und nicht? Rissi hat recht. Willst du auch? Jetzt wissen wir das ja. Ihr habt es ja ausprobiert. Prost, ich habe hier zu tun. Hier, du kannst schön den Fisch essen. Dann ist die Schärfe gleich weg. Wollen wir den Fisch auch machen? Ja, mach mal auf. Lecker. Jetzt musst du noch mehr aufmachen hier. Jürgen, was ist das? Brauchst du Milch? Ich habe keine Milch. Was war gegen die Schärfe? Brot. Alles gut, ich überlebe das. So, lecker. Schneid dir mal so ein Stückchen Fisch ab und dann kannst du das essen. Esch. Hallo. Wenn Fisch wartet. Komm, wir machen das jetzt einmal auf um die Wände. Falls Brot gegen die Schärfe hilft, bitte schön. Und dann kannst du den Fisch auch gut essen dabei. Brot zum Fisch. Scharf, ne? Hier, Fisch hinterher. Das ist lecker mit dem Brot zusammen. Wirklich ist kein Schatz jetzt. Im Ernst jetzt. Brot und Fisch jetzt. Also. Prost. Also Toast funktioniert besser. Beim ersten Bissen. Alles gut. Beim zweiten Bissen. Ich habe richtig gemerkt. Mal essen mal Fisch, bitte. Mega lecker. Also. Trink den Zitronensaft. Lecker, lecker. Oder? Früher, als ich ein Kind war, haben wir Zitronen geschnitten. Mit ganz viel Zucker drauf. Zitronenscheiben. Und die gegessen. Weil. Früher schmeckst du nicht. Krass. Hast du es gegessen? Fertig? Ja, ich bin fertig mit dem Video. Das schmeckt doch gut. Noch einmal scharf und ich steig aus. Also schreibt mal gerne, ob ihr Matthias mögt. Ich liebe Matthias. Zwiebeln. Trink ein Glas Wasser. Ist überhaupt was von gegessen worden? Nächste Runde. Aber das muss doch komplett aufgegessen werden. Das schaffen wir alles nicht. Wir haben ja noch mehr gleich. So, die nächste Runde. Hoffen wir mal jetzt auf nichts Schlimmes. So, dann holt euch was. Esch. Bei meinem Glück. Egal, was ist denn das? Tato. Echt jetzt? Dann tausche ich mich jetzt scharf, Max. Du armer. Freiwillig. Dann tausche ich freiwillig. Okay? Du armer. Da sage ich nicht nein. Also für mich gibt es diesmal was Salziges. Und für mich gibt es was Scharfes. Ich hoffe nichts Schlimmes. So, bitteschön. Wo essen. Na ja, was ist davon salzig? Also, das ist salzig. Ach, Schmutz, das hätte ich ja nicht immer gehabt, ey. Irgendwann hier. Dann tauschen wir wieder. Ja? Ja, können wir. Wurde stehen. Klett doch scharf, Leute. Alles gut, kein Zimmer. Ich hab Salz drin. Esch hat sauer. Was sind das denn für Dinger? Wie lange war die schon bei euch drin? Ich hatte gestern das gekauft. Darf man die Schale überhaupt mitessen? Haben wir noch nie gemacht. Ich glaube nicht. Wir bräuchten ein Messer. Wir bräuchten ein Messer. Bing, bing. Wir sind sehr sauer. Also das hier, guck mal, das ist hier von Jelly... Ihr Messer. Jelly Beans. Jelly Beans. Und die schmecken nicht. Schmecken nicht? Oh, die riechen aber richtig sauer. Lass doch gerne mal einen Salat probieren. Ich hab hier so alles so reingeschnippelt. Mit ganz, ganz viel Gemüse, Gurken, Karotten, Paprika und noch irgendwas. Ich glaube, Sellerie sogar. Ich bin gespannt, ob das jetzt hier schmeckt. Und Zwiebeln. Ah, steht. Max, das hättest du bestimmt gemacht. Darauf ein Stück Ingwer. Ja. Aber es ist sehr gut fürs Immunsystem, glaube ich. Hab ich gehört. Ich hab auch gehört. Du kannst es nicht mehr hören. Oh, das schmeckt nicht so gut hier. Das ist so mit einer anderen Schärfe. Echt? Ja. Okay. Schärfe ist das? Brauchst du jetzt wieder Brot? Was? Nein, nein. Das ist gleich wieder weg. Also das schmeckt nicht sehr gut. Ja, ja, ja. Dieses Gemüse. Weiß ich nicht. Okay. Okay. Also. Nächste Runde. Seid ihr bereit? Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Ich teile einfach mal aus. Das ist die Wahrheit. Wenn ich jetzt Schad bekommen bekomme ich erstmal. Leo sitzt die ganze Zeit im Hintergrund. Ich seh schon am Ende dieses R hier. Weißt du? Nein. Ich hab Salkus. Oh, sauer. Huuu. Sauer. Ich hab noch gar nicht gehabt in diesem Video. Salzig. Oh mein Gott. Bitte was geiles. Bitte was geiles. Bitte was geiles. Bitte was geiles. Okay. Echt? Mittag? Sieht irgendwie so aus. Das sind alles Suppen. Oder Kraut. Hä? Was ist da von sauer? Ne. Sauerkraut. Einmal hast du sauer bekommst du sowas Ekliges. Das sind die Nudeln. Die sind extra scharf. Also. Oh nein. Die Nudeln. Das sind diese hier. Oh die riechen voll lecker. Die riechen aber echt. Die riechen sehr gut. Aber wahrscheinlich sind die wirklich sehr scharf. Also das sind die Nudeln und ich hab... Oh nein. Sellerie. Darauf erstmal ein bisschen Sauerkraut. Mhhh. Ich hätte lieber Sauerkraut gegessen. Als Sellerie. Oh. Das ist so künstlich. Schmeckt's? Es ist sehr scharf. Es stinkt. Stimmt. Ich hab dir extra hier eine Schüssel hier hinten hingelegt. Warum? Damit du das da reinfüllst und dann essen kannst. Meine Nase läuft. Damit wir das später noch essen können. Wir essen das mit meinen Bakterien. Nein. Ich esse das jetzt nicht mehr. Mhhh. Leute. Meins schmeckt nicht. Mhhh. Ich mag meins auch nicht so gerne. Weil Sauerkraut ist einfach nur ekliges Kraut. Sauerkraut ist lieber. Willst du hier Sellerie probieren? Ne, den muss ich auch nicht sein. Was ist das denn schon? Hehehe. Er freut sich mal. Ich bin super gerne. Super... Kannst du mir das Wasser holen? Papa. Nächste Runde. Mal schauen, was es hier so gibt. Er schlaget immer noch von der Runde davor. Ich hab den Nudeln probiert und sind wirklich tatsächlich sehr sehr scharf. Kleiner Fun-Fact. Mein Mund brennt immer noch übel. Von der Ingmar, ne? Ich nehm ihn nicht mal von der Ingmar, sondern er brennt einfach. Keine Ahnung, was das ist. Okay. So. Dann haut mal rein. Unser kleiner L, so nennen wir ihn gern, wenn er schläft, ist eingeschlafen. Und unser kleiner Leo ist da nicht eingeschlafen? Er tut da gerade. Gib mir auch eins rein. Von dem hat er gelegen, oder? Ja, der hat er gebraucht. Ah, Erstadt Leipzig. War sauer. Schmeckt. Oh nein. Hoffentlich. Hoffentlich. Scharf. Ich hab scharf. Ich hab scharf. Ich hab scharf. Okay, ich schnuck hier dann mal los. Warte, was hatte ich gerade? Du hast sauer. Ich hab scharf. Sauer. Nein! Aber wisst ihr was? Ja, diese Schokolade habe ich schon mal probiert. Geil. Die ist wirklich sehr scharf. Aber sie schmeckt sehr gut. Die ist dunkel. Das ist eine dunkle Schokolade. Sei nicht so rassistisch. Hä? Dunkle Schokolade. Darf man dunkle nicht sagen? Nein. Dann ist die Schokolade. Okay, also bei mir gibt's hier mega nice Skittles. Einfach saure Skittles. Das ist richtig nice. Er hat eine coole Sammlung und zwar das sind so saure Tomaten. Ach, dann muss ich drauf. Nee, salzige. Salzige Tomaten. Hau rein. Was bitte sind salzige Tomaten? Das geht nicht auf. Eingelegte Tomaten sind das. Achso. Das sind eingelegte Tomaten. Also ich muss sagen, die Skittles sind schon lecker. Leider schmeck ich nicht, dass es so ist. Die riechen, das ist so lecker. Ich hätte lieber das gehabt. Bleh. Willst du tauschen? Wirst du scharf mit Schokolade? Ja. Die ist wirklich scharf. Nein. Nein, tausch nicht. Nee, hör auf. Das ist deins hier, mach mal. Boah. Warum isst du gerade freiwillig scharfe Sachen? Nur so eine Frage nebenbei. Boah, die schmeckt so gut. Es ist scharf. Das ist ja so eine bittere Cholade. Bleh. Also die Runde war ein mega Erfolg für mich. Meine ging auch noch. Hier. Deine geht noch. Tomaten. Ich habe ja schon eine scharfe gegeben. Nee, warte, Ash muss noch essen. Ash, du isst das noch. Du musst noch Tomaten. Dann kriegt er sich die Zwiebel daraus. Hm. Ist das eine Zwiebel? Ja. Das ist keine Zwiebel. Das ist irgendwie sowas wie eine Paprika oder sowas. Ja. Ich will die haben. Ich will die haben. Ist doch die Tomaten. Die Schwad ist richtig lecker. Okay. Das sieht ziemlich papparonig aus. Okay, abwarte. Aber die sind nicht scharf. Guten. Bitte sind die scharf. Bitte sind die scharf. Nein. Ist nur salzig eigentlich. Scharf würde es hier stehen glaube ich. Eigentlich nicht. Und? Schmeckt es? Sieht lecker aus. Aber nächste Runde bist du ready? Nächste Runde. Ah, warte. Das geht jetzt. Das muss ich hier behalten. Wenn wir Walking Dead gucken, die Zombie-Geräusche irgendwie nicht. Echt? Ja. Nimm. Okay, nächste Runde. Wir verteilen mal ganz kurz. Hast du schon Walking Dead geguckt? Mhm. Oh nein. Ich sehe ein L und ein F. Was? Diary. Diary, yes. Diary. Durch. Ah. Hast du schon durch? Ich hab sauer. Salzig. Ja, Mann. Lass dich ab. Also echt. Der Schatz scharf. Ich will ja nicht wissen, aber wenn du nachher aufs Klo gehst, ne? Dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß. Du hast es gerade sauer gehabt. Warte erst mal ab, was kommt. Vielleicht kommt was Leckeres. Meine Augen verraten mir, dass es gut aus. Guck dann nicht hin. Mh, lecker. Mh, für mich kommt richtig was Leckeres wieder. Let's go. Mal schauen, was es für Feines gibt. Ich glaube, heute habe ich so viel Vitamin C gegessen. Bam, Brezel. Geil. Dankeschön. Oh, Salami Sticks. Salami Sticks. In Scharf. Max könnte das gar nicht haben. Guck mal, hätte ich jetzt scharf, dann hätte ich... Ein Problem gehabt. Dann hätte ich... Ja, das wissen wir, wo es essen müssen. Was? Äh, Leo gibt es nicht Spaß. Für mich gibt es eine Brezel, so eine kleinen Mini Brezel. Das ist auch lecker. Für mich gibt es so eine Limette, die werde ich immer wieder mal auspressen. Richtig gesund finde ich heute. Erst nur eine Zitrone, jetzt eine Limette. Ja. Und so eine Beschlade. Jetzt noch ein Chibi. Und? Boah, die riechen eigentlich ganz gut. Eigentlich, schau mal. Max, wie scharf? Was? Max, Max wird rückfällig. Hä? Max, ich glaube, du hast die Falsche in den Kopf. Wo steht hier scharf drauf? Da ist eine Beberoni drauf. Pikant. Ich sag, wie sind die? Die sind doch wirklich scharf, oder? Weil die Beberoni drauf ist, die heißt nicht so scharf ist. Okay, Ash bekommt jetzt auch wieder Teffern. Boah, die sind lecker. Wer will? Aber der könnte ja brennen mit. Ah! Ah! Papa, bekomme ich ein Brot, ich verbrenne mich gerade. Du hast gesagt, die sind doch nicht scharf. Doch, jetzt kommt es gerade. Aber hier ist eine Beberoni drauf auf der Tüte. Deswegen habe ich gedacht, die sind dann scharf. Ich glaube, ein bisschen scharf sind die auch. Papa. Ja, bitte. Was ist dein Brot? Das sagt er jetzt nur so. Das glaube ich auch. Brot mit Pfeffer, bitte. Das schmeckt doch besser, ne? Die Wurst mit Brot. Wirst du ein bisschen Butter haben? Oder Margarine oder Frischkäse oder, 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 oder. Mhm. Ich muss sagen, meine Schärfe ist mittlerweile ein bisschen weg. Da fühlt sich immer noch, oh ja, das sah der Chaos. Oh! Aber siehst du mal so, du hast heute genug Vitamin C aufgenommen. Sehr. Also ich muss, mhm. Aber die Limette saura ist jetzt schon noch. Echt? Oder ist die darin, dass ich gerade die Schokolade gegessen habe? Ich würde sagen, nächste Runde und auch gleichzeitig die letzte Runde, oder? Mhm. Mach mal, was da kommt. Oh. Willkommen in der letzten Runde, Leute. Ich komme immer noch. Esch, was willst du haben? Mama, was willst du haben? Ich will eigentlich gar nichts mehr haben. Und jetzt? Kommt bei mir. Oh, das ist der angerissen Teller, Esch. Oh nein, schon wieder sauer. Können wir bitte tauschen mit irgendjemandem freiwillig, aber nicht scharf? Ich habe scharf. Mal schauen, was es bei scharf gibt. Nein, 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 nein. Was ist denn für eine geile Runde? Hä? Das ist über die geile Runde. Oh nein, ich möchte diese solche Dinge nicht. Ich möchte lieber die Chips gerne haben. Fresh. Oh Mann, also ich habe... Ey, die Runde sind mega gut. Ich weiß. Die sauesten Rundelstetchen, die ich je gegessen habe. Also diese sind von RedBent richtig sauer. Die kenne ich nicht früher. Echt, aber auch sau lecker eigentlich. Ja, aber sehr sauer. Genauso wie die Nachos. Auch mega geil. Oh, die sind toll hier. Aber auch die mit Chili finde ich auch geil. Ja? Ja. Ist es nicht so scharf? Okay. Nein, die sind nicht so krass scharf. Aber also... Ihr kennt das, wenn ihr im Kino Nachos benötigt. Sie sind auch immer so ein bisschen scharf. Ja. So sind die. Genau so sind die. Nein, so. Schmecken echt gut, aber sie sind sauer. Im Kino schmecken die so. Ey, mega geil. Die wird gedealt, heimlich. Ja. Ich würde sagen, wir sind fertig, oder? Mhm. Was hat euch am besten geschmeckt von allem? Ja. Also die kann man tatsächlich sagen, die beste Runde kommt zum Schluss, würde ich sagen. Ach so. Also das ist so einfach so. Nee. Ich hab da nicht so gut zu. Was war am geilsten? Das ist eine gute Frage. Ich würde die Chips dafür geil... Die Schokolade war dann für mich am besten. Für mich war der reisesten... Die viele Schokolade. Mamba. Echt? Mamba. Mamba? Schreibe rein, was ihr am liebsten davon probiert hättet. Ja, würde ich sagen. War es das auch hier von uns. Lass auf jeden Fall da oben da. Was? Wollte ich sagen bis zum nächsten Mal? Ach so, ja. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Und tschau. Tschüss. Hier aufstehen. Drei... Ich brauche noch ein Weißerzettel. Ihr habt doch da die drei Weißerzettel. Nee, die sind doch geknickt und da ist was komisch. Schoki, salzig. Nein. Meine Beine sterben. Mach du ja. Oder du Kiefer. Du kannst von mir nachher so einen Rufpunkt machen. Wahrscheinlich werden YouTube Videos als Kindergeneigesehn und Mama so klein ist. Ich glaube, die scannen die Gesichter an und erkennen ein kleines Kind da drin. Ich hab sauer. Ich hab sauer. Du warst sauer. Ich blasse. Ich hab salzig. Es ist ja nichts schlimmes gewesen, aber der Rest war sauer. ekelig. Salzig, er hat scharf. Sauer. Nee, ich hab sauer. Nee, salzig. Das eine ist hier voll so... Scharf. Ja, genau. Ja, war auch meine Zunge raus. Ja, genau. Scharf. Genau. Sauer. Ich hab meinen Kopfhaut. Ja, genau. Nein, mach doch mal was. Sonst machen wir mal was. Ich hab salzig. Wär doch, Mama kann gut sauer sein. Einfach. Ich hab... Ich hab salzig. Und... Super.